Aus Sicht der DG für die DG. Schuss kommt. Was für ein Save von Eriksson mit der Maske. Und wir schauen nochmal auf diese Chance der Düsseldorfer und auf den Save vor allen Dingen von Eriksson hier aus der Hintertorkamera. Nochmal schön zu sehen. Da einfach mal weggenickt. In Uwe Seeler Manier.